Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Ultimating Hosts zusammen mit Zombie, Manu, und Wintercracker, ich habe wieder ein paar Maps rausgesucht, es sind, also ich glaube das einzige was spielbar ist von der Größe City Road oder Sonic, die oben links ist ultra cool, allerdings ist glaube ich der Spielspaß wieder zu groß, aber wir können uns hier verteilen. Wer wird richtig? Waren und ich nicht, Dark Souls gewinnt. Oh, die geht sogar von der Größe, diesmal kleiner gepixelt, nicht so mega gigantisch, oder? Ja, schon. Glauben wir noch recht groß, aber nicht mehr mega. So kommen wir nicht. So kommen wir hoch. Ich geh einfach runter. Oh stimmt. Hä? Das ist ja nice. Ich warte, bis ihr den Weg beta testet habt. Ah! Ich will den anderen Weg gehen. Ihr Feiglinge, Zombie kommt runter, mach ihn. Das zählt nicht Zombie, das zählt nicht. Ja, mach den coolen Weg. Ich will über die... Ah! Die Sonne sagt dir, geh den anderen Weg. Nein! Oh Gott, das ist... Hilfe! Modato, geh den coolen Weg. Nein, ich geh den Weg nicht. Warum nicht? Das ist Dark Souls, ich muss es mir nicht unnötig schwer machen. Doch. Oh nein. Da war die Erfahrung als Anfang. Hier, guck mal, ich hab nen Guide durchgelesen, der sagt, ich soll links rum und nach oben. Das ist aber falsch. Ich baue nicht Tank. Ich baue... Ich baue Klug ein. Das war Intelligenz mit der Cracker. Ich hab irgendwie verdient. Kein Gegenargument. Passt auf Leute, ich geb euch ein Argument für den unteren Weg. Und ich geb euch ein Gegenargument. Nein. Oh nein. Na, die Stelle ist eh noch nicht schön. Modato nicht unmöglich. Oh Mann. Das ist nicht unmöglich, ich hab's doch sogar einfacher gemacht. Nein. Mann. Nein, du dumme... Okay, ich probier's auf. Ja, okay, okay. Nein. So ein... geiler Weg. Mann. Oh. Noch ein Argument dafür. Wir brauchen noch eine. Mach die oben in die Lage, Manu. Da oben. Ah, okay, ja schon. Ne, mach mal nen Linkenweg schwerer. Hä? Dann geht's ja nicht mehr. Okay. Wow. Ja, was? Nein. Mann. Warum Modato? Warum uns? Man kommt halt mit einem Sprung durch, die schlägt immer zu. Oder antäuschen, warten und dann rein direkt. Ich hab's. Ich mach hier einen Trampolin hin. Ich mach. Okay. Geht gar nicht. groß genau ist das gut ich mach das den anfang einfach ja hallo was geht ich hab's nein besser was ok leute ich sehe nichts könnten sie bitte damit aufhören ich dachte ich muss zurückgehen du hast es geschafft warum hast du nur eine münze dabei oder sind es zwei ich habe beide die werden nur übereinander du hast gesagt da muss es schwerer sein nein wir brauchen noch mehr eis oder also so schon mal gar nicht leute so schon mal gar nicht wie hast du es da durch geschafft du hast einfach reingerutscht doch es geht glaube ich noch nicht ja es geht noch ich glaube wenn man rechts gegen springt aber ich bin mir nicht sicher wenn es nicht geht bringe ich mich einfach rum ne wenn dann probier ich es unten ne wenn dann probier ich es unten oh shit warum was ist passiert? steht es noch? bin wieder runtergefallen oh manu hallo manu ich komme ne wollen wir was zusammen spielen? ne hä? ja aber was hat er nicht getötet? das ding bei unten in dem moment ja verstehe ich auch nicht ja ich fange anzeigen nein zu 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 das schicksal wollte er nicht ich glaube der hat ein zu starkes sprunggetriebe ja wo sie auch waren ich gehe da nicht lang ich schon und lauf dann in meinen Tod nein wer war das? nein wer war das? ha 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 wintercracker oh nein oh hallo wie lang war es? und wie geht das jetzt? spam einfach spam ok holst dir hey man kannst ja gar nicht holen was denn das für ein scam doch die kann man holen doch wenn man rechts also links obwohl dann stößt man ab von dem Block auf dem Block auf dem stehst wenn du knapp am Rand stehst vielleicht ja noch ein Stück noch ein Stück? nö 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 dann aber dann springt man vom schwarzen Block ab wenn man rechts in der Wand ist da kommt man nicht vor das ist echt feige das geht das ist unmöglich ich hab Intelligenz geskillt halt B zum aufgeben warte modado ich verstehe nicht auf deiner Tastatur B hä Tastatur sind wir hier nicht im Mittelalter? Seelen? Sonne? modado so ne also wenn er da jetzt reingeht das kann er wirklich sein also ich soll jetzt fuck es nicht soll ich jetzt hier stehen hier jetzt rechts oder links? rechts rechts zurück oder? nein stopp JA Wintercracker und ich machen Schluss kein leeren Mann er man? der man der man ok da unten ist schon die Hölle gebaut mit Stacheln und so ach da ist Stacheln und so ach aber da kann man sich nur Münzen holen oder? und genau da kommt meine Münze auch aber da muss man hier unten durchgehen und dann da lang weil da links noch modado hier sind auch Stacheln Leute uncool wenn da ein Brett wäre könnte man ja alles skippen ja warum du musst doch nur unter das Brett kriechen Wintercracker das geht doch richtig kann ich nicht ich hab gute Probleme ja ach die sind so oh modado guck mal das ist ne Münze hä? hallo boah ui ich bin ein Huhn die map gefällt mir wo ist sie? modado gib mir deine Münze ist es hier oben oder rechts? doch da ist eine doch da war noch eine das wusste ich nicht machen ich auch nicht hä warum ist es Sonic Leveln Ende in Mario Ende das ist ein Sonic Mario Leveln das ist ein Mario achso ups er sucht sich selber aus aber verstehts nicht nee ich check's einfach nicht jetzt müssen wir aufhören ja mach ich hä? können wir jetzt hier alle skippen? warte ich glaub ich mach dein Fahrschuhrennen oh oh Mann ich will das da weg haben oh du kannst das Brett drehen da kommt man an die Münze ran ja ja endlich oh ich trau mich das nicht ich trau mich das nicht nicht vor Fahrstuhl ich bin da hab's geschafft oh man kommt an die Münze unten ran ja ja aber Wintercracker macht schon richtig ruhig ich könnte ich könnte ich sammle sie im Tod ich sag ich hab sie ja ach so stolz guck mal lieber die erste Punkte wow von beiden nein oh ja ohne Punkte ja aber du kannst nur mit der Schande leben oh Underlock ja eigentlich schon ich bau den Fahrstuhl aus oh so würd ich auch machen baust du ich baue rechts und du links ok ok und ne Treppe davor das ist echt schwer ja weil Manu hättest das ist ja schnell ja kriegt eh keine Punkte und holt sich nicht mal die Münze trolle so ein Vollidiot das ist mal nicht gewartet coole Leute gehen da hin oh ne jetzt haben wir auch die schon dann nicht das ist richtig uncool komm stirb kannst du auch die Münze holen? ne ich glaub nicht oh Gott doch da wird's frei da wird's frei es geht sogar lol warte bitte ich sterb hier noch irgendwo ok du kriegst die Münze b gedrückt halt hol dir lieber die andere Münze zum ja die kann man holen ja danke kaching ooo erster Platz Wintercracker Also irgendwie finde ich das nicht so verdient. Ich würde nix sagen. Oh, hier ist es rutschig. Mach das Brett so mittig hin, wenn der Körger das mal unten durchrutschen muss. Wie? Kann ich jetzt nicht erklären. Ja, wenn er jetzt, wie sagt du, drei Sekunden Zeit hat, dann... Nee. Ich meinte da oben, wo das Eis ist. Ah, du hättest es wieder richtig. Ja, wie auch. Obwohl, ich will den Fahrstuhl genießen. Ich bounce ein bissel. Ja, mein Brett war doch sowas nicht. Achso, da kann man durch, sag Manu. Ja, pass auf. Und zwar, genau... Warte. Iiiiiiii... Ich seh es nicht. Jetzt sieht man es nicht mehr. Geh wieder auf. Aber es geht. Manu hat recht. Ja. Das ist sogar locker easy. Ich dachte, das wäre voll knapp. Oh, Zombie, hör auf. Entschuldigung. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen warten. Guck mal, ich will den Mondauto nicht... Ich warte ab, den Mondauto stirbt. Der je hoch ist, hört bei mich nicht. Jetzt könntest du rein. Ja, ich will auch rein, es kommt wieder zurück. Genau. Ja! Ho! Oh, nein, es war da. Und jetzt muss ich wieder warten. Und jetzt eine halbe Stunde warten. Eine halbe Stunde warten, dann geht's. Und dann sterbe ich einfach. Ja, so. Oh, nein. Alter, ich dachte, du stellst dich genau rein. Nee, nee, ich hab geguckt, wo es landet. Nein! Nein! Ich hab gedacht, ich stehe auf dem Ding. Oh nein! Und dann kriegst du uns dir. Warum? Du hättest doch direkt sterben können. Jetzt die lieber ins Ziel gehen sollen. Ach. Hast du deine Führung aufgegeben mit der Kacke, die wir uns hart erarbeitet haben? Oh Mann, jetzt hast du ja nicht mal cool gemacht, dass wir mit dem Eis durchrutschen können. Richtig cool. Wieso könnt ihr das? Ich drücke immer springen und mein Fett hält einfach nur. Maudano, nein! Nein! Okay. Alles gut. Wintercracker, wenn du stirbst, gewinnt Manu. Wintercracker will gewinnen. Wenn du stirbst, gewinnt Manu. War das Absicht? Oh, ich kann doch Punkte bekommen. Ja. Underdog, Zombey gewinnt. Comeback! Zombey hat gewonnen. Nein, das steht scharf. Das ultimative... Zombey. Zombey. Das ultimative Zombey. In orange. Äh, ja. Vielen Dank für's zu sehen. Schaut keinen anderen vorbei und tschau tschau. Tschüss. Tschau tschau!